Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki on the road. Wir sind nach der Live-Sendung im Auto unterwegs nach Hause und wollen uns hier im Auto die Zeit vertreiben. Deswegen nehmen wir noch ein paar Themen rein, die wir in der Sendung nicht besprochen haben und pass auf, ich habe ein kurioses Gesetz aus Texas. Du weißt ja, Texaner sind ja grundsätzlich, George Bush war Texaner. Richtig. Weißt du, ist klar, ist klar. Ich lese es vor, pass auf, es ist länger. Ein kürzlich in Texas verabschiedetes Gesetz zur Verbrechensbekämpfung verlangt von jedem Kriminellen sein Opfer mindestens 24 Stunden vor der Tat, entweder mündlich oder schriftlich über die Natur des geplanten Verbrechens zu unterrichten. Ja, okay. Ist ja ein ritterlicher Plan, würde ich sagen. Ja, finde ich in Ordnung. Aber, hallo Sascha, hier spricht Christian. Ich plane in circa, wie viel Stunden? 24 Stunden. In circa 23,5 Stunden. Ne, ne, mindestens 24, also müssen mindestens, länger. 23,5 wird sich strafbar machen. Richtig, wird sich strafbar machen. In 24,5 Stunden. Ja, okay, okay. Macht auch, das macht absolut keinen Sinn. Ja. Ich will dir in 24,5 Stunden auf die Fresse hauen, aber sowas von die Fresse polvieren, bereite dich schon mal drauf vor. Genau. Wenn du willst, käme ich dir so schriftlich. Per Fax. Ja, genau. Das wollen die in Texas so. Okay, macht auch, sag ich mal, die Polizeieinsätze ein bisschen. Aber Polizeieinsatz? Ach nee, jetzt ist nur eine Warnblinker-Anlage. Was hat er? Hat er ein Problemchen? Willst du fragen? Ja, halt mal kurz an. Brauchst du Hilfe? Alles gut. Alles gut. Bravo. Okay. Ja, da haben wir doch mal wieder den Heiligen Samariter gespielt hier. Tu Gutes und sende darüber. Ja, ja, genau. Wir sind so gut. War nur ein Auto im Warnblinker. Der junge Mann schon daneben hat telefoniert. Seine Beine hat gefehlt, aber es geht ihm gut. Ja, ja. Dann sagen wir Cheerio mit Sophie und Grüße nach Texas. Ihr seid ziemlich Banane. Tschööö.